Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir haben immer noch das Dilemma, dass wir Plastik brauchen. Sehr viel Plastik, Kunststoff. Und wir, was die Beschaffung davon angeht, nicht wirklich gut hinterherkommen. Also es läuft eher langsam voran. Und Holz haben wir auch schon jetzt soweit voll. So, die Seile können wir jetzt auch wieder hier reinpacken. So, und die Kupferbarren. So, wenigstens läuft das hier schnell hinterher. Immerhin. So, dann können wir auch wieder hier reinpacken. Und, ah ja, das Wasser müsste jetzt auch schon soweit fertig sein. Ja, Wasser ist fertig. Das heißt, wir können da hinten erstmal wieder die Pflanzen gießen. Die Wiese. Hier drunter auf. So, dann machen wir hier mal zu. Und ich schaue mal nochmal unten, wie sieht denn das aussieht. Ich glaube, die restlichen Planken, die wir jetzt über haben, können wir in den... ...ein Ding da reinballern. Für den... ...Krott hier. So, Plastik haben wir immer noch nicht genug. Ja, ein Plastik, wow. Hier haben wir jetzt nichts. Hier kommt ja der Plastik später hin. Hier. Eine. Und Seil. So, und dann die... Ach, Kupfer ist schon wieder fertig. Nice. So. Und hier. Und die können wir auch erstmal hier reinpacken. Benötigt Honig. Und den Kupfer können wir auch schon mal wieder hier einlagern. Und dann können wir hier... ... auch das restliche Kupfer mal reinpacken. Äh. Wir schippern mal ein bisschen lieber dran vorbei, bevor wir dagegen knallen. Nur ein kleines bisschen, ja. Können wir auch das Plastik da vorne mitnehmen. Und die beiden nehmen wir auch mit. Ja, Bruce. Echt krass, wie viele Fässer da rumschwimmen. Ja, wir haben so ein großes Ding. Wie viel... Ah, nur 14. Ernsthaft? So wenig? Hier haben wir auch noch nicht. So, mehr brauchen wir davon auch nicht. Aber komm, die können wir jetzt hier reinballern. So, und... Ja. Dann haben wir... ...die schon mal... ...fertig. Echt jetzt so viel... Wie viel Kunststoff das einfach ist. Wie viel brauchen wir für die Rohre? Wo waren die Rohre nochmal? Was brauchen wir dafür? Nur Schrott. Aber wir bleiben erstmal noch beim Reiniger, sobald wir den haben. Kümmern wir uns um die Rohre. Wie viel haben wir jetzt? 17. Boah, das ist nicht mehr viel. Das ist jetzt echt nicht mehr viel, was wir brauchen. So. Kartoffel. Fallenblätter. Tja. Okay. Da kommen wir gerade echt nicht wirklich hinterher. Aber wir können wieder in den Strom rein. Aber ich sehe zu, dass wir vielleicht an der einen Insel da wieder eher dran vorbeischippern. Ja, Bruce, ich weiß. Die schnappen wir uns jetzt. Das hat fast doch nicht mehr drauf. Ja, Bruce. Obwohl, eher den. Dann haben wir jetzt alles. Nein. Ah, Bruce. Aber dann haben wir jetzt wenigstens Plastik vollständig. Ach, Bruce. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Boah, geil. Warte. Ja, wir haben... Wir haben den Reiniger. Jetzt erstmal gucken, können wir den hierhin packen? Nein. Das heißt, der muss schon hierhin. So. Und der braucht auch eine Batterie. Habt ihr hier kein... Keine Rohr... Doch, der hat eine Rohranbindung. Hier unten. Okay. Das heißt, wir müssen mit dem Rohr, der hier sein muss, einen Weg nach... hier oben... Wir sind irgendwo aufgestoßen. Oder doch nicht. Aber wir müssen jetzt dann Rohre bauen. Viele Rohre. So. Ne, Rohre waren hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Dann können wir Plastik wieder hier reinpacken. Die packen wir hier rein. Holz haben wir ja voll. Ah, wir haben hier Wasser fertig. Plasten, äh, Planken da rein. So. Kupfer. Dann machen wir das hier rein. Dann hoffen wir mal, dass das hier... Äh, machen wir erst mal so. Ach ne, das wird so nicht funktionieren. Okay. Okay, dann machen wir das anders. Dass es hier so nicht funktionieren will. Aber okay. Jetzt ist die Frage, können wir da so durch, oder... ...verbinden die sich? Oder muss ich das da wirklich abreißen? Die Axt haben wir hier. Nehmen wir erst einmal. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, kann ich da jetzt mit dem Bauchhammer... ...das wieder zumachen? Dafür brauche ich jetzt erst einmal wieder Holz. Nehmen wir jetzt mal so ein Stack. Kann ich nicht zumachen. Okay, das heißt, das muss jetzt so bleiben, wie das ist. Okay, das heißt... ...die packe ich jetzt erst einmal wieder hier so raus. Brauchen wir jetzt die Tanks. Dafür brauchen wir 30 Kunststoff. Planken, Seil, Titanwarten. Jede Menge. Okay, wir können... ...nur einen Wassertank erst einmal bauen. So, dann können wir... ...eins... ...zwo... ...drei... ...machen wir so. ...vier... ...fünf... ...sechs... ...sieben. Hier machen wir wieder so. Seile fünf. Die haben wir. Für den Wassertank, was brauchen wir noch? Kunststoff. Wo wir nur drei haben. Achso, den Hammer können wir wieder wegpacken. Ne, das ist der falsche. Hier muss er rein. Wie sieht es hier aus? Ich brauche schon Kunststoff. Und die sind wahrscheinlich wieder am Verhungern. Zulassen. Ich habe kein Wasser mehr. So, jetzt ganz schnell. Ich habe nicht nachgefüllt. Verdammt. Habe ich hier wieder was? Plastik? Nein. Kein Plastik. Nix Plastik. Ja. Wir stecken jetzt in so einer Bredouille. Jetzt ist die Frage. Kann ich damit da durch? Ja, okay. Das reagiert so. Ist für mich nicht so schlimm, wenn das jetzt so durch den Boden hier geht. Und jetzt brauchen wir wieder Rohre. Wo ich keinen Schrottfibrater habe. Beziehungsweise nicht genug. Wir machen sechs. Und den Rest können wir auch noch eben hier wieder einladern. Das lassen wir mal so auf. So. Was brauchen wir noch? Eigentlich eine Batterie. Das heißt, wir können den hier rausnehmen. Und dafür runterbringen. Nach dem links hier. Das heißt, der pumpt jetzt auf. Bringt das nach oben. Hier bringt das mir jetzt noch nicht so viel. Aber ich kann... So. Wenn ich hier jetzt mache, dann geht das so im Kreis. Aber okay, dann ist das halt so. Dann kommt hier eine Verbindung hin. Also hier ein Wassertank, da ein Wassertank, da ein Wassertank. Dann machen wir mal drei Wassertanks. So. Läuft das denn? Wo? Der füllt hier auf. Immerhin. So. Was wollten wir jetzt eigentlich draußen machen? Wassertank, ja. Genau. Da fehlt uns noch Plastik. Ah, der ist voll. Das heißt, wir machen den jetzt mal nach oben. Hier drauf. So. Und wir wollten dann wieder nach... Ähm... Ja, nach Temperance. Genau. Äh... Warte. 2, 1, 1, 1. Weil da auch sehr viel Titan war. Und zur Not könnten wir da auch wieder... Plastik und so weiter aufsammeln. Dann geht es für uns jetzt wieder zurück nach Temperance. Wie lange dauert es noch, bis wir da sind? 2 Kilometer. Okay. 2 Kilometer ist in Ordnung. Äh... Hier sind wir... Doch richtig. Jetzt müssen wir selber auch wieder was trinken. Ach so, wir haben hier... Kein Kupfer reingetan. Darum auch immer. So. Dann hier Palmenblätter wieder rein. Sonst haben wir... Hier ist jetzt wieder... Voll. Seil brauchen wir. Müssen wir hier noch wieder einfüllen. 20 Eier haben wir. Und? Funktioniert das Ding schon? Ah... Der braucht auch eine Batterie. Der braucht ja auch eine Batterie. Ja, okay. Wir werden sehr viele Batterien kaufen. Man trifft sich sehr gut, dass wir... ...auf dem Weg nach Temperance sind. In der Hoffnung, dass wir da... ...Titan... ...bekommen können. So, wie sieht es unten aus? Plastik, immerhin. Da brauchen wir aber 30. Das Ding machen wir erstmal voll. Oh, wir haben einen Würfel. Kann dann hier rein. Und auch wieder Hunger. So. Hier haben wir noch ein paar Hai-Happen. Eben nochmal einen Schluck trinken. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Das wird auch irgendwann wieder leer. Das Ding werden wir aber bald... ...nicht mehr brauchen. Können wir dann wegschmeißen. Wie sieht es jetzt mit dem Wassertank hier aus? Der ist voll. Wohl, warte mal. Ach. Krass. Brauchen wir den hier oben jetzt auch nicht mehr. Und der hier weg. Brauchen wir den nicht mehr. Tschüss. Boah, das ist ja nice. So. Das kann wieder hier rein. Beziehungsweise einen zweiten Sprengkler können wir ja auch eigentlich machen. Da bräuchten wir auch wieder eine Leiterplatte. Leiterplatte haben wir hier. Da haben wir... Eigentlich ja, können wir den machen. Brauchen wir halt nur wieder... ...mehr... Dann haben wir jetzt... ...das Ding. Hier Sprinkler. Da haben wir aber nicht genug Kunststoff für. Aber Schrott können wir gleich wieder... ...zwei nehmen. ...und Bolzen zwei. Und dann heißt es jetzt erstmal auf Kunststoff warten. Bitte haben wir genug... ...nein, nicht genug Kunststoff. Wir brauchen Plastik. Also hier kommt das nicht rein. Rohkost kommt ja hier rein. Okay, Kupfer ist soweit fertig. Dann lagern wir das erstmal alles wieder ein. Außer halt die Planken. Das kann hier rein. So, hier kann ich die Seile erstmal rein. Äh, ne, hier. Das sah super aus. So, wie lange brauchen wir noch dafür? Können aber auch... ...mal Gas geben. Dann wieder so schnell wie möglich ankommen. Dann schauen wir mal, ob wir unten jetzt... ...wieder was eingesammelt haben. Ja, ein bisschen Plastik. Ein bisschen Plastik zwei. Und hier haben wir nichts. Falls wären wir noch so viel bekommen. Schmeißen wir die gleich alle da hinten rein. So, dass wir tatsächlich mal Planken... ...überschuss an Planken haben... ...habe ich echt nicht geglaubt gehabt. So, was können wir als nächstes eigentlich reinballern? Die hier eigentlich. Okay, die brauchen wieder Futter. Hier auch nochmal. Hier geblieben. Äh, ne, das geht nach unten. Achso, das ist die... ...Dings hier. Äh, die Mölze. So, jetzt eben noch mal gucken. Wie viel Biokraftstoff wir eigentlich hier noch haben? Halb voll. So, drei wird reichen. Alles andere eben kurz hier einlagern. Was hier reingehört. Jo. Okay. Nur zwei gebraucht. Trifft sich auch gut. Einmal voll gemacht. Boah, das Ding ist super. Der Reiniger ist echt super. So, dann packen wir das jetzt hier hin. Ja, das wird wirklich unser... ...Tanklager, Wassertanklager. Dann. Dann dessen. Und das hier dann Maschinenraum. Ich glaube, dann... ...im Grunde brauchen wir dann... ...das hier nicht mehr. ...die Tür und die Wand. Dann können wir das einreißen. Dann bleibt das alles... ...quasi dieser eine Raum. Als Maschinenraum. Obwohl, warte mal. Wir könnten hier eigentlich auch noch so... ...kleine Anbauflächen und so weiter bauen. Noch weitere. Was brauchten wir dafür? So, Kleil und Dings. Okay. Ich guck noch mal unten. Da haben wir Plastik. Wir haben Fass. Ja, so gefällt mir das. So. Alles hier rein. Ja, packen wir jetzt mal hier rein. Ah, wir könnten jetzt eben... Gut, dann machen wir einen. ...kommt dann... ...kommt dann... ...ja, kommt dann hier hin. ...Restholz hier rein. Das kann ich hier. Hier können wir die Dinger reinpacken. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt noch gehen dürfen. Ach, wir sind schon da. Wir sind schon da, dann reite ich jetzt noch ein bisschen was vor. Das ist perfekt, dass wir jetzt schon da sind. Im Grunde brauchen wir ja eigentlich nicht viel, außer wir müssen uns bewaffnen halt. Warte, dann packen wir auch mal hier rein. Und nehmen das hier auch nochmal mit. Mehr brauchen wir nicht. So, meine Damen und Herren, ich bin da mal weg. Bitte bleibt anständig, ja? Boah, ich hoffe, die haben hier... Lassen Sie fassen. Buß nicht angreifen. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Außer Planken. Planken lassen wir mal sein. Aber hauptsächlich Plastik, Schrott und sowas in der Richtung. So. Ich hoffe, wirklich, Titan ist gerespawned. Dass wir das alles wieder einsammeln können. Ja. Aber ich würde sagen, richtig rein gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ciao. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.